Ich habe ihn schon sehr geliebt, den Läusl. Und in 40 Jahren, ich schwöre es, hat es niemand anderen für mich gegeben. Bis auf das eine Mal. Was? Ich mache alles wieder gut. Wir fahren doch jetzt alle zusammen nach Rom. So ein Papst. Oh Gott. Hallo Martina, hier ist Mama. Ruf mich bitte dringend zurück. Das ist wegen Oma. Also die Oma ist nicht gestorben, die ist geflohen. Oma ist eine alte Frau. Sie hat keine Ahnung von der Welt da draußen. Scheiße. Großmutter. Grüße. Deutsch. Katholisch. Ist das der Vater von den Au-Pair-Kindern? Nein. Eine päpselige Audienz bedeutet nicht, dass sie den Heiligen Vater persönlich drückt. Sie wollen also ihre Sünden loswerden. Ich möchte sie heiraten. Was? Aber nur zum Schein. Sie sind ein Verbrecher. Ich bitte sie. Eine gute Katholikin muss vergeben können. Mein Benedikt. Du hast den Papst mit Vervorspray attackiert. Das ist meine Mama. Spielen Sie mit oder sie wandern sofort in den Knast. Ich muss doch vollkommen verrückt sein. Ich wünsche ihm die Pest an der Hals. Ich weiß, Schätze. Seit ich hier bin, fühle ich mich lebendig. Dafür werden sie in die Hölle kommen. Wenn ich diese sexy Italiener mit ihrem Knack raschen sehe und mir meine Tochter anschaue. Deine Mama will, dass du glücklich bist. Und ich bin glücklich. Hier. Ganz die Oma. Aufstehen. Ja, was ist denn das? Geil. Wenigstens nicht so geschmacklos, dass man sich ein Leben lang dafür schämen müsste. Ist was? Geil. 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 Geil.